Das kommt davon, wenn der Winter lange ist und alles kommt mit einem Mal dann raus. Ja, irgendwann muss raus. Irgendwann muss dann mal raus. Aber es ist erstaunlich, dass die ganze Ecke von hier rum komplett bis auf die andere Seite 2 Kilometer allein, alles der gesamte Leiche ist. Ja. 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 Ja.